Wir müssen heute in Kauru-Kirk, Bigger-Kirk, Middleburg-Kirk Jetzt geht's um Makrela Fischer. Makrela? Fischer ist unser Zimmerwacher. Ganz schön aggressiv der Typ. Hier haben wir uns schöne 30 Euro Routen gekauft, dass unsere Süßwasserrouten nicht im Salzwasser versauen. Mein Teamangler, der kümmert sich gerade ums Raubtier. Bis gleich. Wir müssen jetzt noch einen Berg beklimmen, bis wir bei den Makrela sind. Bis gleich. Ich kann den Meer riechen. Ich spreche nicht. So Leute, wir sind jetzt in der Nordsee. Wir wollen heute unser Flug auf Makrela versuchen. Da urteilt mich nicht, ich habe die Montage noch nie gemacht. Drei Köder sind erlaubt. Unter ist das Blei. Und hier habe ich nur einen Snapper vom Spinnfischen zur Schnur-Korfachverbindung verwendet. Also. Um immer mal unser Flug. Leider spielen uns die Gezeite schon seit ein paar Tagen einen Streich. Und das Wasser ist viel zu weit am Strand. Aber ich als Süßwasserangeleiter bin ich bei dem bis jetzt. Wir haben noch einen Schuss. Und jetzt habe ich noch einen Schuss. Wir wollen nicht weitergehen. Und das ist das Schuss. Wir wollen das mal zum Schuss. Das hat man jetzt noch vor, wenn wir hier am Sport Das hat einen scheiß billig Angeln gekauft Das zeigt uns mal einen krassen Wurf hier Schwach Die Margrete lassen auf sich warten Wir machen jetzt einen Spotwechsel Schauen wir mal Ich vermisse meinen Neckar Hätte ich nie gedacht das mal zu sagen Aber ich gebe den Neckar auch voll auf den Sack Team Angler Big Pike Mike Linde Da ist der Wurf Hau So wir laufen jetzt wieder zurück zum Hotel Leider konnten Kyle und Mark Rehla ans Band kommen Ciao 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 Ciao